und damit sage ich herzlich willkommen zu super mario 64 ds wir sind der letzte part war einfach nur peinlich haben nichts geschafft und ja mehr will ich dazu auch nicht sagen ich bin mal als mario diesmal es gibt ja noch einen stern der nur mario kann oder gibt es mehr ich weiß es nicht ich weiß ich nicht so da haben auf jeden fall alles war das da gucken wir mal schnell nach überlegen ja genau da war es und zwar geht heißt es mal geht in die luft und zwar formata sie Ah, und die andere müssen wir wohl mit der Kanone Na, dann holen wir uns mal Scheiße Oh, epic Lacker, aber wirklich lacker Ich hab gar nicht hingeguckt Äh, wo ist denn der jetzt überhaupt? Eigentlich Hier Yay Es geht schon ziemlich schnell D Ach, das ist doch nicht wahr Die haben doch alles umsonst gemacht Äh, mit Absicht gemacht Ja, okay, ich bin aber nicht gehüpft Oder? Hab ich gehüpft? Ich weiß es nicht Ja, okay Rückwärtsortes ist nicht dein Ernst Au Ach, sei mal nicht so nubig und machen es richtig Ja, ne, ich mach's jetzt trotzdem so, weil Hallo, ich muss eh noch ein Äh, egal Viele wissen es glaube ich eh schon Epic Äh, du kleiner verfluchte 0 leben ja ich will jetzt aber kein k.o. hallo k.o. game over dann gehen wir halt die normalen weg was machst du und eingeloggt fahrt gleich runter ja hier ist eh ne abkürzung die nehm ich jetzt nehm ich mir nehm ich mir das ist nicht was wir wusste ich auch oh gott aber Wo ist mein Baby? Wie ist das nächste? Das machen wir auch. Was ist das? Das bin nebercheierter. Steu! Au! Wow! Du hast mein süßes, hübsches Baby gefunden. Wo war es denn nur? Wie kann ich dir jemals danken? Oh, ich habe hier diesen Stern. Mein ewiger Dank. Sei dir gewiss. Wisst ihr, dass es das Leben ist? Man kann ihn jetzt in die Hand nehmen und runterwerfen. Aber das mache ich nicht. Ich finde hier lieb. Viele Let's Player machen das, aber ich mache das nicht. So, in die Hand nehmen, meckert die Mutter rum. Und wenn man ihn runter schmeißt... ...chillt sie, als wäre nichts passiert. So. Wie, es kommt jetzt rote Münzen oder irgendein anderer Scheiß. Darf man auch nicht schummeln. Der merkt das sofort. Der merkt das ja sofort. Ich bin der Schlitterkönig, jeder Piste. Ich sehe ihn nicht so aus, aber ich bin schnell. Lust auf einen Rutschpartie. Fertig. Jo. Los. Was? Ah, der ist hart. Ich mag das nicht. Er ist ganz schön gemein. Nee, hier nicht mehr so, oder was? Das ist echt noch ein Wunder. Weh, du sagst jetzt, ich hab geschummelt. Das waren keine Abkürzungen. Du. Okay, puh. Du hast meinen Rekord gebrochen. Ich habe schon gehört, dass du der coolste bist. Nun. Dass der coolste bist. Nun hast du bewiesen, dass du auch der schnellste bist. Ich kann dir leider keine Goldmedaille verleihen, aber die zur Sterne gehört dir. Den hast du dir verdient. Und ich will auch lieber einen Stern. Goldmedaille passt mir nicht. Jopp. Hä? Mir kam das irgendwie so vor, dass er bei N64 viel, viel schwerer war. Die ganze Zeit hinter einen her. Aber auch gut. Aber ich wäre zweimal beinahe gestorben. Wie epic. Nochmal was zum Lachen. Ey, komm. Rutschpartie um deiner Mutter. Wir machen das mit dem Schneemann. Lieber, 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 das. Dann überlege ich, was gibt es denn noch? Hm. Ich weiß es nicht. Scheiße. Nein, nicht rutsch. Hüppü, pü, pü, pü. Was machst du? Also mir kommt es schon fast so vor, ich muss die 8 roten Minze. Ach, wisst ihr was? Ich mache es. Ich mache es für euch. Aber nicht 100%. Aber ich will schon gerne das hier mit dem Ding machen. Schneemann war epic. So, suchen wir schon mal. Da ist die. Ich muss mir was einfallen lassen. Bei mir ist gerade... Hüppü, pü, 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 pü. Hüppü, pü, pü, pü. Ich will nicht rutschen. Ich will nicht. Hüffe. Ist klar. Alter, wenn ich das überlebt hätte. Ich will das jetzt versuchen. Wenn ich K.O. gehe, selbst schuld. Wie habe ich diesen Schlitterattacke gemacht? Ich will nichts von sterben gehen, Junge. Wie kann man... Ach so. Alter, halt doch. Häh, häh. ich mag irgendeine lubigkeit ich habe nur was ausprobieren ich verstehe die kacke nicht später ok ok das könnte alles überspringen das schneidet ja mit youtube auch aus und das kann ich auch etwas besser super da kann ich nicht 1. 2. 3. 3. 4. 6. 6. 5. Ich muss da irgendwie... Eigentlich muss man da was anderes machen, aber ich hab das für immer so gemacht. Bei Mario 64, beim Original war's besser. Oh! Oh, das war ein Millimeter! Es gibt gleich Marmelade! Ja, nicht so nah! Das war lame! Du willst mich doch verarschen, Joi! Ich bin ein verrückter Junge! Ich geb es auf! Ich geb diesen Mist auf! Oh nein, 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 nein! Das war's ja noch gar nicht! Bruder! Bruder! Hör auf zum Schlittern, Junge! Achso, hä, ich hab mir was anderes gesagt. So, aber bevor wir mal... Hier reingehen... Nein, 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 nein. Piss dich! Piss dich! Aua! 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 Es kann erst mal der nicht ranzoomt, oder? Kann man das? Warte! Weil viele denken, das hat irgendwas mit Luigi zu tun, was hier steht. ja nicht wirklich oder man wird nie wissen was da steht viele sagen da steht l is real 2000 22 04 keine ahnung warum aber viele denken dass für mich ist es einfach nur ein haufen gekritzel ich rede zu wenig ist klar aber was soll ich denn hier bitte so schön sagen ich kann nur noch sagen dass hier auch noch ein castle secret star ist ich will nicht hat was kann man hier machen hier schon ja ok du lässt mich in Ruhe ja 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 "! Mann Und der letzte Wow Du pisst dich Deine fette Mutter Scheisschakwa Schakya Bitte sag mir nicht Schakya hat ihn Die sterben Jetzt bitte nö Mutter Oh Mann endlich Jetzt kann ich den Part beenden Viel zu lang Bis bald und schau Oh 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 Oh